Jungs, wer hat mich denn gehostet? Der kann dich nicht hören. Ach, okay, schade. Ich dachte, der kann mich hören, wenn ich den Stream gucke. Pain. Wo ist die noch gar nicht? Ich schau Handy. Gleich. Ach so, du hast ihm geschrieben. Wer ist Pain, Bruder? Auf jeden Fall danke für deinen Host. Okay, Digger, war auch genug. Wir haben genug zugeschaut. Wir haben auch genug geschaut, Digger. Wer ist Pain, Digger? Okay, das war's dann auch. Wir spielen auch selber weiter. Wir spielen dann auch einfach weiter, Digger. War okay? Hat Spaß gemacht? Hat er schön zerfickt, den Gegner, aber das hat dann auch jetzt gereicht. Alles klar. Okay? Okay. Ich mach meinen Stream jetzt einfach raus, Leute. Wollen wir zeigen, dass... Das hat jetzt richtig geschmerzt. Was ist das? Klipp. Komm. Oh, oh, oh. Das ist einer. Bitte, Brasilien. Wer ist das? Mertens. Mertens. Ja! Mertens. Mertens. Mertens, 90, Digger. Geil, Digger. Geil, Digger. Ey, guck mal wieder was hier. Ey! Ey, du sagst du... Steh vor deiner Tür, ich vermisse unseren Vive. Ich vermisse die Zeit von früher. Und ich weiß, hier hast du Zeit, ich steine unnimmert, und ich vermisse die Zeit von früher. Ach, ist die Zeit, Alter. Ich vermisse unsere Zeit, ich vermisse unseren Vive. Ich vermisse die Zeit von früher. Hallo der Aus, hallo. Mach mal einen Clip, hallo, mach mal einen Clip. Hä? Als ob der nicht im Aus war. Wer hat denn ein Tor, ja? Wer hat denn ein Tor? Guck mal, guck mal. Alles klar, ich schwöre, mach mal einen Clip, mach mal einen Clip. Das ist nicht normal, dieses Spiel. Ich schwöre, das ist nicht normal. Ey, guck mal, was ist das denn? Was soll das? Ich würde nicht hin und her sprinten, Digga. Ich würde nur laufen lassen. Ich kann hier nicht mehr lachen, es tut mir leid, Jungs. Ey, jetzt ist es vorbei, Alter. Italien, ZM, oh, Verratti? Nee. IKONE! IKONE! LOL. PRIME IPMO mit Pirlo! Was? Alter! Julia, das kostet 5 Millionen, ne? Fuck my life! Nee, der kostet, der kostet an nicht so viel, der kostet nicht so viel. Der kostet nicht so viel. Ja, ich freu mich dann auf dein Endform. Morgen ist er da, mein Herr. Ich sag, Leno hält einfach alles. Ja, bei mir ist es logisch. Jawoll! Leno, geiler Typ! Ey, äh, Junge! Ja. Alter! Sag mal! Ey, Leute! Kann das jemand klippen von euch? Was hier gerade passiert ist? Der ist nicht gut. Alter, der kommt raus aus dem Goldpack! Oh mein Gott! Blau! Workouts! Argentinien! RV! Messi! Messi! Ich hab Messi gezogen! Nein! Oh mein Gott! Was? Ich hab Messi gezogen! Aus dem Goldpack! Oh mein Gott! Ich hab Messi gezogen! Oh mein Gott! Boaa! Wooo! Jung! Alter! Was macht der da? Oh mein Gott! Was ist das los, bro? Cookie Stream! Bitte schnell, bro! Bitte! Oh, der geht durch. Komm! Oh Gott, komm, komm, bitte! Jetzt! Nein! Hä, was? Wer ist das? Haaland! Haaland! Was? 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe es nicht geschafft! Oh mein Gott! Haaland! Haaland! Ich dachte, dass wir eine Schäden ist in die Karte! Neymar! Was? Was? Die Boys! Heilt die Fresse! Heilt die Fresse! Heilt die Fresse! Heilsmaul! Heilsmeil! Was war das für ein Tor? Lol Was war das für ein Tor?